Ja, und wir wissen, dass es für Richard Vogel in einem solchen Stechen eigentlich nur ein Gas gibt und das ist Vollgas. Aber geht das mit United Touch? Mit diesem 10-jährigen United Untouched Hengst. Wie gesagt, er hat ihn erst seit einigen Wochen unter dem Sattel. Der macht wirklich sechs Galoppsprünge. Und er macht auch hier sechs Galoppsprünge. Leipzig am Galoppieren. Kevin Sturt schaut auf die Uhr. Und Richard Vogel ist noch 0. 37,9 zu 0. Er kann die Führung holen und er geht in Führung. Richard Vogel hat es genau recht auf diesen Hengst zu zeigen. Denn das muss man erst mal möglich machen können. Die Linie von 1 nach 2 mit sechs Galoppsprüngen so vorwärts zu reiten. Und diese Galoppsprünge waren so riesig. Und dann auch noch groß abzudrücken. Diese Wendung war entscheidend. Wo er auch noch mal richtig groß abgedrückt ist. Kam dann hier direkt vor dem Absprung schon auf die Innenbahn eigentlich. Richard Vogel, 35, 3, 5, Führung.